Wissen Wissen In der nächsten Zeit Was geht? Nichts Warum? Warum bleidest du? Wuhuuu Jeehuu Jeeh Oh shit Du musst! Ja, ich kann nicht fahren! Ich bin tot! Ich weiß! Ich bin immer noch tot! Das sieht in der Farbe aus! Oh mein Gott! Jetzt schauen wir mal vor! Was denn? Aufschreiten! Was denn? Aufschreiten! Ich mach das später! Dann haben wir eh noch Zeit! Auf dem Zeitpunkt! Oh nö! Trimmst du schon? Alter! Mein bester Freund Augen, Leute! Player's Choice, Mann! Wie benutzt du jetzt das Turnier heute? Angeblich mit den besten Hüllen, oder? Unterzitter im Test! Auch meine absolute Lieblingsfarbe? Mach was du willst! Ich hab's jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hör einen Laden! Das ist doch Kieger! Ok, die sind echt geil! Digger, die sind echt geil! Das ist echt geil, lass mich mal fühlen! Echt geil, Mann! Hier, machen wir einen Vergleich, Leute. Schauen wir mal, wie sie heute im Turnier sind. Wie ihr seht, spiele ich heute Cosmo. Das interessiert keinen. Krieg ich auch durch Augen, oder was? Augen leide nicht, Mann. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ist doch gut, oder? Einfach den einen rauslegen und dann... Dann weinen die. Dann ist der untouchable, oder? Untouchable. Könnt so was gehen heute? Digga, ich glaube, das Support wird euch nicht gut gekostet, oder? Aber es ist noch nicht alles, was ihr da... Ich glaube, da kommen noch mehr, oder? Da haben sie Level 4 Dark geholt. Ich glaube, ich könnte sogar... Und wenn ein Ding kommt, Leute. Jura Ghetto. Der Support wird hart dran. Geht mal mehr über die Höhlen, Mann. Und nicht über dein Scheiß Deck. Digga, ich höle jetzt gerade hier, äh... In geilen Player Choice hier. Es sind 60 Stück drin. Also, die fühlen sich schon richtig geil an. Ich hoffe, sie ist auch geil zu spielen. Meine Karten... Cosmo. Ja, sind gut geschützt, Leute. Ja. Was soll ich noch dazu sagen, Mann? Die Höhlen einfach nur geil. Geile Farbe. Fällt dir nicht auf, oder? Fällt dir diese Farbe nicht auf, oder? Fällt dir diese Farbe nicht auf, oder? Geile Farbe, Mann. Hier ist schon ein... Muss doch umhören, Mann. Kurz, leise sein, bitte. Wenn dann alle sitzen, bei der Politik begonnen, erst wenn ich die Runde drei gebe, dann wird der Höhler zu mir sagen... Bisschen bereit. Mach mal Beispiele mit diesen neuen Höhlen. Das hört zu geil, Mann. Welche Höhlen benutzt du, mein Freund? Das ist keine Blair, Scheiße. So, kannst du dir die Fleisten, oder was? Ja, leider. Tut mir leid. Aber nicht mehr. Kannst du dem Leben alles leisten. Warum muss ich das nur wollen? Ich muss sagen, die Fleiten... Richtig geil aus. Sechs sind aus wie 70 Karten. Sechs Karten weg. Ist so. Ist so. Ist so. Sieht so aus wie 70 Karten. Ja. Ich stand nicht draußen. Julius, machst du nicht mit? Nein, ich stand nicht draußen. Echt jetzt? Ja. Nein, mach nicht, Mann. Dann kriegt er Informationen für die zukünftigen Wunden. Ja, und er kennt deine Tag-Karten und so nicht, Mann. Echt? Ich spiel doch eigentlich mal. Ich bin's voll dick. Ich spiel's voll dicker. Ich bin's voll dicker. Ich bin's voll dicker. Äh. Was machst du heut in dem Spiel? Ich sprick nicht gegen mich. Freunden sie sich? Aber, aber das ist gut gemeinert. Ich hab's nicht gescheit zusammengekommen, aber nicht gegen dich. Zeig mal dir aus. Ich hab's nicht gescheit. Vielen Dank. 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 Ja, Mann. Vielen Dank. 50 Euro Wiesel. 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 50 Euro Wiesel.